Jo, guten Morgen meine Freunde. Also ich wünsche allen trotzdem ein schönes Wochenende. Die Leute die arbeiten müssen, naja, ist halt so. Und ich gehe jetzt auch gleich arbeiten. Und ja, dann gehe ich frühstücken. Meine Kinder haben ja jetzt Ferien. Danach werde ich noch einen Stream starten. Oder keine Ahnung, ob ich schon in den Garten gehe oder irgendwas. Ich weiß es noch nicht. Halt, gucken wir mal, bis das Wetter ist und so. Boah, ich habe ruhig keinen Bock aufzustellen. Aber so eine Umstellung ist das. Ähm, ja. Ich habe den Wecker auf 4,45 Uhr gestellt. Und ich stehe immer später auf. Egal Leute, ich muss gleich los. Ich muss gleich auf meine Arbeit. Und ja. Racken. Können wir nichts machen, ne. Und ja. Merkt auch was Leute. Die Katze die hat heute Wochenende. Das merkt man. Heute interessiert die das noch nicht. In der Woche maut sie die ganze Zeit. Und ach. Ich hoffe euch hat eigentlich das Video gefallen. Ja Leute, dann würde ich sagen. Bis später. Euer Pitbull TV. Tschö tschö meine Freunde. Tschö tschö. Vielen Dank.